Guten Tag, hier spricht euer Peter Gim. Was für ein Elb... Oh nein, Alter, was ist hier passiert, Leute? Alter Schwede, was... Die Mannschaft hat gekämpft wie die Löwen, doch wir kamen zu spät. Verfluchte Kultisten, sieh was sie getan haben. Sie haben sie getötet, meine armen Schäfchen. Abgeschlachtet wie die Tiere. Wir müssen weiter, Neleos könnte in Gefahr sein. Ich bereite das Schiff vor. Du solltest gehen, du kannst hier nichts mehr tun. Spar dir deine Kräfte, vielleicht überlebst du das. Ich bin Arzt, Söldnerin. Ich weiß, wenn ein Patient keine Chance mehr hat. Hier das Gegenmittel, wie versprochen. Ich mache alles immer wieder gut, ja, ja. Ich werde es Neleos geben. Es ist seine einzige Hoffnung, aber erwarte keine Wunder. Ich lasse dich nicht so zurück. Du könntest mich töten und mein Leid ein für allemal beenden. Bitte, mehr verlange ich nicht. Was ist mit all diesen Leuten passiert? Das sieht aus wie in einem Schlachthaus. Ach, der Kult ist passiert. Ja, ja, es war ein Gemetzel. Sie waren hier, um dir eine Botschaft zu senden, Söldnerin. Sie wissen, dass du rumgeschnüffelt hast. Alle Eigentümer. Man, ich beende. Ich würde lieber nicht ihn töten, Leute. Ich töte dich nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte, Söldnerin. Ansonsten sterbe ich hier langsam vor mich hin. Söldnerin, bitte. Ich habe Schmerzen. Du hättest immer noch Gutes tun können. Okay, Leute. Ich schätze, ich habe es doch gemacht. Wir haben es doch gemacht, Leute. Wie gesagt, Leute, wir wollen das und dann werden wir hier zurückgehen. Okay, das ist jetzt halt ich überlegen, was wir machen. Ob man darüber, ja, das mit den zwei Inseln ist das Problem. Wie man es genau machen, Leute. Jetzt bin ich noch am überlegen, wie man es genau machen. Beide Inseln gehören jetzt so zu Sachen zusammen, Leute. Es kann sein, dass man auf einer Insel komplett alles macht. Dann wieder rübergehen auf die andere Insel, wo man rüberkommt. Und dann gucken, wo man es mal sehen, Leute. Jetzt werden wir noch sehen, wie man es machen, Leute, mit den zwei Inseln. Hoffen wir mal, dass... Hoffentlich hat's... Reicht's noch, Leute. Oh nein. Oh scheiße. Ich komme zu spät. Die Söldnerin, schnappt sie! Alter, ich... Alter, der Kultis ist schon so viel lang... Alter, der Kultis, der nervt mich langsam, Leute. Der ist langsam nervt. Die nervt mich, Leute. Alter. Das ist unerhört. Wir haben genug von diesen maskierten Soldaten. Egal wie, sie müssen von Lemnos verschwinden. Warum brannten sie das Haus nieder? Du weißt warum. Diese Malakas, diese verfluchten Soldaten, kamen aus ihrer Festung. Sie dachten, Mikos würde etwas planen. Gegen sie arbeiten. Das muss aufhören. Es wird aufhören. Diese Soldaten gehören dem Kult an. Und sie haben einen Befehlshaber. Keine Sorge, die sind nicht mehr lange hier. Ja, weil wir da raufgehen und dem ein Ende setzen werden. Stimmt's? Die Bewohner dieser Insel haben es verdient, sich am Kult zu rächen. So ist es. Wir stürmen ihre Festung und erobern sie zurück. Für das Volk von Lemnos. Recht so. Lass uns unsere Waffen sammeln, Söldnerin. Wir treffen uns vor den Toren. Okay, Leute, wir machen die Endsachen, Leute. Wir tun dieses Gebiet komplett mal klieren. Alles klieren, was man klieren könne. Geht die Sache, wir gucken, ob man das alles klieren könne dann. Und dann machen wir natürlich hin, wenn es funktioniert. Und dann geht die Sache, gehen wir da oben auch hin. Und machen da alles down, dass wir alles weg haben, Leute. So habe ich mal ein bisschen überlegt, Leute, dass wir jetzt komplett, erst das Gebiet komplett safen. Dann gehen wir hoch, safen zu oben, wenn es passt. Und dann, wie es halt funktioniert, wir werden es halt sehen, wie wir es machen, Leute. Aber der Kult darf hier nicht mehr liegen, alle. Ich glaube, es war richtig, dass die, dass man nicht alleine kämpft, dass die Leute mitkämpften. Das ist vielleicht besser, Leute. Würde ich sagen, Leute, das ist besser, dass sie einfach mitkämpfen dürfen. Es wird wahrscheinlich viele Opfer geben. Sehr viele Opfer. Es wird sehr viele Opfer geben, Leute. Sehr viele. Es wird wahrscheinlich sehr viele Opfer geben. Ich bin gleich. Und dann... ... Vielen Dank. Es werden gleich sehr viele Opa gehen. Aber wir müssen es riskieren, Leute. Wir müssen es riskieren. Dann tütt die Waffe und brauche auf! Halt dich im Auge! Bloß nicht wehen lassen. Okay, Loret. Das ist meine Chance, die Festung anzugreifen. Okay, es wird hart, aber wir müssen kämpfen, Leute. Wieso mehr müssen wir arbeiten? Oh nein, Mann! Das war nicht so gut. Okay, Leute. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, wie können wir da ohne viel Aufwand... Wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir das machen, Leute. Das könnte ein bisschen das Problem werden, glaube ich. Hä, aber wir waren doch ein Kreisbauer, nicht? Okay. Wir sollten ein paar Athleten bekommen, bestimmt, Leute. Aber ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen ruhiger arbeiten. Ein bisschen ruhiger arbeiten, sachlicher arbeiten, vorsichtiger. Das ist das Problem. Okay, Leute, jetzt müssen wir ein bisschen die Kultiste hier aus dem Gebiet rauskriegen. Wenn du nicht aufhörst, klinge ich dich um. Okay, wir müssen doch... Wir müssen hier langsam, stabil, langsam die Leute eliminieren, Leute. Das ist meine Chance, die Festung anzugreifen. Okay, wir müssen hier. Okay, wir müssen hier. Wir müssen hier. Wo kam das denn her? Komm mal ein paar hier Was ist das? Ich habe eine leichte Überfahrung. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig, wir haben Zeit und es ist eine Kette heute. Schluss mit dem Beißen, sofort! Das ist eine Kette. Ich habe Leute für weniger getötet. Das ist eine Kette. Das ist eine Kette. Das ist eine Kette. Das ist eine Kette. Okay, hier haben wir jetzt fertig, Leute. Das ist eine Kette. Das ist eine Kette. Das ist eine Kette. Alter, wie viel Kultisten das wir sind. Okay, da ist der Nächste. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Sind hier auch Kultisten, bin ich halt mal gespannt, Leute. Du bist Futter. Okay, hier sind wir keine mehr. Aber das Problem sind, die März sind noch oben, Leute. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen systematisch arbeiten. Schön. Okay, ich muss mal, es sind so vieles, glaube ich, Nini da oben. Okay. Ich gehe vieles hin zu nehmen, ich glaube. So, aber... Okay. 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 Das muss der Befehlshaber sein. Wer war das? Okay, meine Hand ist gepackt, aber wir wollen ja natürlich... Wir wollen natürlich die Restlichen auch noch eliminieren, Leute. Damit man am besten das komplette Kultistengebiet hat. Ich werde dich anbringen. Komplette Vollbissen-Gunier. Alter, Leute. Ich glaube, hier war mal... Hier drin war mal... Ah, super. Leute, hier drin war mal schon mal. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt nur kurz Feierabend. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann. Und PG. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.